Turbo aktiviert. Nächstes Match gegen Daisy. Die hatten wir schon in von Scho... Oh Gott, mein Sprache ist heute schlechte. Ich hab den Pokal jetzt schon verkackt. Das liegt einfach daran, dass ich viel zu oft verloren hab. Ehrlich gesagt ist mir das aber so Latte. Ich will jetzt die letzten Pokale noch schnell durchzocken, damit ich endlich mal was anderes als playen kann. Und dann kann ich ja aber. Ich will mein Projekt hintereinander abspielen. Und dann... LOL. Ähm... E2. Vielleicht spiel ich ja heute sogar durch, dann hätt ich's einfach mal ganz hinter mir, aber vielleicht auch nicht. Mal gucken. Machi, machi, machi. Hups. Ohm schon. Nein, so hab ich ja schon. Also jetzt kann ich mir eigentlich Schmödie ein bisschen Chilo-Milo machen. Das war schlau, aber... Naja, hat eben nicht funktioniert. Dass die sich immer von dem Ball schmeißen, ey. Voll die kranken Türen. Ich weiß, warum ich voll anab hab. Ich hab nicht Yoshi genommen. Daran muss es liegen. Daran liegt es auch. Kann doch nicht sein, dass sobald ich Luigi nämlich nur am Verlieren bin. Und das hat definitiv was damit zu tun. Auch wenn die Spielcharaktere sich eigentlich überhaupt nicht unterscheiden. Es nicht dürfen und irgendwas anderes auch nicht. Oh, der hätte so drin sein müssen. Was war das denn mit dir für'n Ei? Oh, Schreiben. Heißt da, Matsch. Pass, hoch und... Oh mein Gott. Perfekt über den Panzer gejumpt. Äh, was soll das denn? Behindert war das. Ich war nicht ganz über der Mittellinie und deshalb... Naja. Hat's ne Schechla... Klatschla... Hallo. Oh, no, dammit. Es kann doch nicht sein, dass diese Tore gar nicht mehr funktionieren. Ich meine, ne Chance von 1% dürfte ich ja ruhig mal haben. Aber nicht mal die gönnen sie mehr. Also, ganz ehrlich, da finde ich Mario, also das für Wii ist da wesentlich besser irgendwie. Das macht mehr Fun. Und das für Gamecube liebe ich ja wie die Pest, aber... Das für Gamecube ist nun mal besser. Und zwar mit Abstand. Naja, könnte ich ausrechnen, wenn ich dieses Spiel liebe, dass ich mich dann zu den anderen stehe. Aber gut. Genug geflamed da. Du führst. Halt die Fresse. Nö, heute nicht. Nö, heute nicht. Nö. Oh, in your face, bitch. Und ich sag alles tun. Da, Schumida nicht. Oh, der ist drin. Oder auch nicht. Schumida hat sich wieder vorgestellt. Das ganze Spiel für die Kiddin. Ja, tschüss, man. Ding hast du verloren, blöde Kuh. Bla, 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 bla. Nächstes Spiel, komm schon. Ich muss weiter daddeln. Ge-Turboidoo. Gewonnen. Damit bin ich immer noch auf Platz 3. Und jetzt sind wir gegen Wario. Wario, meine ich. Auf der richtigen Seite. Und ich glaube, letztes Mal haben wir auch gewonnen, wenn ich mich hier total irre. Aber ich irre mich wahrscheinlich sowieso. Also, halte ich mal die Schnauze. Der ist Platz 2 mit 15 Punkten. Würden wir ihn jetzt fertig machen, hätte er immer noch 15. Aber wir wären Platz 2. Weil der Mensch immer vor dem Computer stehen muss. Und das ist nun mal so eine Regel. Wieso gibt der mir Pass? Oder hat der gerade gepasst und habe ich gegrätscht? Alter, der ist ja heute aggressiv. Wahrscheinlich ist er immer aggressiv. Okay, Angriff. Meine DDR-Soldaten hier. Ach, Scheibenkleister. Oh, oh, ja. Gut. Das war gut. Das war richtig gut. Ich habe nur gesehen, dass der Torwart noch auf dem Boden ist. Verpisst dich. Verpisst dich. Verpisst dich. Oh. Ich habe doch gar nichts gesagt. Komm schon, Baby. Mein eigener DDR-Soldat springt sich mal wieder. Selbst in die Luft. Oh, Scheiße. Tor, das wird ein Tor. Nicht, nicht, nicht. Oh, nein. Oh, nein. Verpisst euch, meine lieben Freunde. Oh, das war übel. Das war übel. Sprint und Charge und gekickt und boche mit und das war... Hey, bock. War das gut. Die hat eine Bombe frei und die macht auch gleich Proben. Boche mit. Und Pass und Schuss und... Nein. Komm schon. No. Mega Bombe? Oder... Ach, das war gar kein... Ich habe irgendwie... Oh, ich rede zu viel. Konzentrier dich mal. Zap, du Homo. Hm. Das Geilste, was ich mal gesehen habe, war, der Torwart läuft wirklich über die Mittellinie. Was war das bitte für ein Schuss? Oh, das wird schlecht. Oh, wie schwul war das denn bitte. War, Luigi? Komm aus dem... Geh in das verkackte Loch, aus dem du herkommst. Ganz ehrlich. Oh, Mann. Ist ja locker ein Tor gewesen. Ach, jetzt kann er so hoch springen, weißt du? Aber wenn er... Oh, Mann, oh. Das darf nicht wahr sein. Die Lady. Die Lady. Jetzt habe ich da kein Spieler. Item benutzen. Ey, wie viel Prozent hat man denn, ein Tor bitte zu machen? Das kann doch nicht wahr... Das kann echt nicht wahr sein. Mit... Mit... Hier mit einem weißen Schuss. Ist die einfach nur 10% oder so? Oder... Ich schicke das echt nicht. Das ist echt nicht mehr letztlich langsam. Wie habe ich den mit abgefälscht jetzt? Oh, der wäre so drin gewesen. Oh, mein Gott. Ich muss mehr Tore machen. So sehr eins, damit die Wäsche ist ein Golden Goal. Nein, wieso? Witz für sich den Ball überhaupt nicht mehr. Komm schon. Nö, das war scheiße. Letzter Versuch. Nö, das war scheiße. Oh, Mann. Wieso? Torben, was habe ich denn gemacht? Kleine Schwuchtle. Ey, Leute, es tut mir leid. Ich kann nicht mehr. Dieses Spiel macht mich fertig. Beziehungsweise bin ich einfach extrem scheiße. Wow. Na ja, gut. Nein, Peach vs. Luigi. Oh, jetzt müssen wir wieder Peach umnatzen. Aber das Turnier können wir im Prinzip schon gar nicht mehr gewinnen. Weil wir jetzt keinen Einfluss drauf haben, wer gewinnt gegen Luigi oder Mario. Weil der Bärs eventuell noch Gleichstand von den letzten beiden Spielen gewinnen. Aber die Chance ist so gering wie, wie, keine Ahnung, mein Penis oder so. Nein, ich werde die Chance, das ist dann ziemlich groß. Aber gut. Das muss ich euch jetzt auch nicht genau erzählen. Ich weiß jetzt halt nur, dass ich nicht gegen... eine pinke Puderfrau verlieren darf. Wobei ich pinke Puderfrau natürlich liebe, aber... nicht in den Spielen und nicht in den Spielen, wie krasse Fußball ich haule auf die Presse spiele. Ja, natürlich. Halt überhaupt nicht an, blöder Penner. Oh, der war... ein bisschen zu un- eingeknippter Schuss. Fand ich schlecht, aber kann man nichts gegen tun. No, ob... Wieso? Das kann doch nicht wahr sein. Das kann nicht. Ich glaube, dieses Spiel erkennt instant, ob ich gerade aufnehme oder nicht. Wenn ich aufnehme, würde ich die Chance, ein Tor zu machen und 130% verringert mit White-Schuss. Und, äh, wenn ich offline spiele, haue ich die Dinger immer rein. Ich schwöre es euch. Ohne Spaß jetzt. Ich mach so ein Ding beim Tor. Ja, und... Alter. Jetzt denken natürlich alle, die hier einschalten, dass ich gerade von dem Tor gesprochen habe. Habe ich aber nicht. Das fliegt nämlich so aus. Meine Fresse, schon wieder Torantworten hier. Du kannst mir gehörig einen... Nerv klauen. Was dacht die denn? Ii. Und ich sag alles too much. Yo, fliegt bis nach Afghanistan, Alter. Bombe alles weg. Wie viel kommt da? Flap, 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 flap. Ich verstehe nicht, wieso meine kleinen Soldätchen mir immer selbst im Weg stehen. Das ist so dämlich. Luigi, der Führer, steht natürlich ganz vorne. Zack. Oh, schlecht. Sprint. Oh, Bombe. Bom. Oh, oh, hat getroffen, doch. Und der war nicht über die Mittellinie, aber egal. Und der war scheiße, aber egal. Sollten wir jetzt noch ein Tor kassieren, wird es ziemlich schlecht. Denn dann... Oh, haben wir verloren. Und dann haben wir komplett den Pokal-Erfahrung. Nö, 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 nö. Kannst du dir abschinken? Das ist ein Peach. Du regst mich dermaßen auf, heute. Das ist schon gar nicht mehr amtlich. Nein. Nein, nein, nein. Bitte, Torwart. Ich gebe dir 100 Euro, wenn du einfach mal ein Tor... Oh, perfekt. Was durchlässt. Ich gebe dir doch kein Geld. Geh mich mal angucken. Der war cool. Ich bin nämlich einfach im Sprint gegrätscht hinter den Torwart und Schuss. Und dann haben wir gegauen. Aber egal. Vielleicht kriegen wir dann sogar noch ein Tor hin. Das wäre natürlich Bombe. Aber einen Golden Goal würde ich auch noch verlieren. Oh, wieso? Das machen alle White Hits. Die machen alle weißen Schüsse rein. Das da... Oh mein Gott. Dieses Spiel hasst mich ab und tief. Ja, fick dich. Das war doch... Provoziere mich nicht, Smash Football. Er hat angefangen. Guck mal. White... Weiter... Weißer Schuss geht nicht rein. Also jetzt will ich keinen Tor mehr kassieren. Er spürt mir mal wieder nicht zu. Weißer Schuss ging nicht rein. Frozen Panzer trifft keine Sau. Nicht mal der gelbe Schuss geht rein. Zack. Bombe. Oh nein. Fang ihn nun. Blöder Kokodil-Arsch. Weißer Schuss geht nicht rein. Ähm, oh. Das ist der... Oh mein Gott, das hat sich verfolgen. Ich glaub's ja nicht. Es kann doch nicht sein. Ich trinke gerne Wein. Nein, trinke ich nicht. Aber ich trinke gerne Ball. Und auch zu singen. Spaß, sonst verlierst du den Scheiß. Jo, haben wir voll die Granate vor die Tür. Und ich sag, alles tun. Und ich verliere gleich. Oh man, mein Puls ist schon wieder auf 736. Das ist der Knotz. Toll. Wo nimmt die die Items her? Wo? Much. Much. Gut, irgendwie hat sich das grad erklärt. No, nö, der geht rein. Wieso bin ich so scheiße geworden? Was hab ich denn gemacht? Das liegt an Luigi. Fick dich, Luigi. Du bist scheiße. Kein Wunder, dass ich Nintendo nicht mag. Mann. So, gut, den Pokal habe ich dann auch gleich fertig, glaube ich. Auch wenn ich nicht erster geworden bin. Das ist mir sowas von Latte. Ja, dann mache ich jetzt erst noch einen Cut. Und dann sehen wir uns beim letzten Spiel. Der Part dürfte dann 5 Minuten zurückgehen. Und dann sehen wir uns gleich. Adaptschuuuup. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.